Hallo liebe Hertie-Freunde, heute stelle ich euch eine ganz besondere Lampe vor und zwar eine Deckenleuchte von Holländer. Controversia heißt sie. Deckenleuchte heißt, eigentlich wird sie unter der Decke montiert, das geht bei uns hier im Büro nicht. Und wir haben sie jetzt mal provisorisch an die Wand angebracht, um zu sehen, was diese Lampe kann. Das sind Blätter wie von einer Seerose und der Abstand von der Wand bzw. von der Decke sind circa 20 cm und der Durchmesser insgesamt sind 46 cm. Ihr seht es sehr gut, hier ist meine Hand, da habt ihr eine gute Vorstellung über die Größe dieser Lampe. Die Lampe hat ein vorinstalliertes oder fest installiertes LED-Leuchtmittel und ist warmweiß mit 651 Lumen, also sehr, sehr wohlig. Traumhaftes individuelles Lampenstück und ich glaube, das sieht ganz toll aus, wenn man das an einer schönen weißen Decke oder aber auch an einer schwarzen Decke montiert hat und strahlt wirklich sehr sympathisch und warm ab. So, ihr wisst, wie immer, liken, teilen und den Kanal abonnieren. Bis demnächst.